So, nächster Versuch. Hoffen wir, dass wir besser ziehen, dieses Mal. Norddürr Seuchenfürst. Ja. Schöne Karten, aber nicht unbedingt für jetzt. Muss ich die behalten? Ich behalte sie mal, ich werde sie sonst bestimmt nicht wieder kriegen. Ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Gib mir jetzt noch die Verdoppelungskarte. Und dann sieht das Ganze schon recht gut aus. Dann hat der nämlich 7, 14, würde ich schon passen. Oder hier, der würde es auch passen. Da ist sie doch. Ach, allerdings brauchen wir recht viel Mana für die Combo. Haben sie es vielleicht doch besser hier. Oder? Ich würde sagen... Ach, das war's. Ach, erst mal so. Todesrecheln interstört die Waffe eures Gegners. Wenn ich eine hätte. Ich könnte den jetzt halt noch killen, aber... Hm. Dann müsste ich halt einen Schlag für den wasten, oder? Ich gehe halt direkt schon mal durch. Was, glaube ich, besser ist. Jetzt habe ich nicht voll HP, ich hätte das Feuerkasten müssen. Ach, egal. Egal. Für den Lichtkönig. Tsching. Hm. Hm. Ich kann ja gleich mal mit Thorns vollspammen, während ich mit dem durchgehe. Wir werden mir die Skelette halt auch nicht viel bringen. Gucken wir mal. Sieht eigentlich ganz gut aus. Fuck, er tötet den Spott. War geil, hat nicht genug Damage, oder? Ne. Das haben wir in der Tasche. Knapp, aber wir haben's. Bam. Bam. Und, äh... Bam. Und BAM! Ich bin doch so schnell sogar diesmal. Also, Priester kann ich gegen Noth empfehlen. Weil mit Inner Fire könnt ihr ja richtig gut Damage machen. Okay. Ich bin ja genauso. Sieht irgendwie gut aus.